Hallo und herzlich willkommen, hier ist es wieder Project Simply und heute wieder direkt zu Cine Extra für euch und zwar hier geben wir auf Bad Moms J. Bounce. Bevor ihr dieses Video anschaut, vergesst auf jeden Fall nicht ein Abo da zu lassen, damit ihr kein weiteres Video von uns vorbei ist. Und damit würde ich sagen, wir fangen an, oder? Wir fangen an! Okay, Leute! Also, ich muss sagen, Tana war weg und ich habe den Song schon gehört und ich finde ihn geil. Okay, ich bin gespannt. Ja. Ja. Ich muss sagen, ich finde geil, wie sie da so im Auto sitzt und wie das so rot ist, weil das passt so mit den roten Haaren. Ja, das Musikvideo sieht schon echt geil aus. Also, ich finde halt da... Ich finde halt da, wo sie so sitzt, das betont halt nochmal so die roten Haare irgendwie, keine Ahnung. Ja, finde ich auch. Ja, ja. Also, Leute, ich muss sagen, der Beat gefällt mir richtig gut und wie sie die Sachen einfach ausspricht. Ja, und mir gefällt dieses, wenn der Beat so immer so und dann fängt so der Rap an. Ja, ja, ja. Also, dass es halt immer so auf den Rap irgendwie angepasst ist. Ja, ich verstehe dich. Das hört sich auf jeden Fall schon mal richtig gut an. Oh, das finde ich jetzt geil, sie spricht die Lines aus und dann kommt so Bounce. Ja, ja. Und was ich auch cool finde, dass sie auch Englisch mit reinnimmt. Ja. Ich finde, das passt einfach zu diesem Crack. Ja, das passt. Das ist so. Das ist halt so neu, weil das kennt man halt auch nicht unbedingt, dass jemand Deutsch rappt, aber Englisch reinnimmt. Klar, vielleicht mal ein Wort, aber nicht Lines oder so. Ein Wort, ja. Ich wollte gerade sagen. Ich muss sagen, das war mein Lieblingsteil vom Song. So, ich weiß nicht. Ich finde, das ist richtig geil, wie sie das so alles nacheinander so ganz schnell sagt. Ja, ich mag das auch. Keine Ahnung. Ich wollte gerade auch sagen, mir gefällt es, dass das gerade alles nochmal ein bisschen schneller ausgesprochen hat. Ja. Ja. Was sagt ihr? Okay, Leute, ich habe das jetzt gefeiert, den Part jetzt hier. Der klang jetzt richtig geil. Ja, das ist eben der Refrain. Ich weiß nicht, der hat so was Amerikanisches, aber trotzdem irgendwie Deutsch. Keine Ahnung. Trotzdem irgendwie Deutsch? Oh. Das hört sich halt so mit dem Rap-Kanal, das hört sich halt einfach gut an. Ja, das ist ein amerikanischer Style und wir lieben das einfach. Okay, Leute, was heißt Jula? Ich weiß es auch nicht. Ich weiß noch nicht, was Mula ist. Schreibt in die Kommentare. Schreibt in die Kommentare. Ich bin mir nicht sicher. Ich weiß es auch nicht. Schreibt es auch bitte in die Kommentare. Ich weiß es gerade nicht. Ja, ich glaube, seines war 24. Warum war da jetzt eine andere Zahl? Ja. Deswegen. Also ich denke nicht, dass es auf ihn bezogen ist. Okay. Keine Ahnung. Ich weiß es auch nicht. Schreibt, was sie damit meint. Ich muss sagen, der Track hat einfach was. Der hat echt was. Das hört sich echt richtig gut an. Ich weiß es nicht. Ich muss sagen, ich habe von ihr bisher noch nichts gehört. Oder ich kann sie jetzt nicht davor. Weil sie ist auch eher Newcomerin jetzt. So würde ich sagen. Weil sie ist ja noch nicht so lange drinne. Aber ich finde, die Lieder, die sie auch bis jetzt hat, sind alle geil. Also. Hast du dir alle angehört? Ich habe mir alle angehört. Alle. Okay, Leute. Also. Ich muss sagen. Es ist sehr. Geil. Hammer. Gut. Okay. Nein. Also. Ich muss echt sagen, es gefällt mir wirklich gut. Der Beat ist geil. Ich finde die Art, wie sie rappt echt cool. Ja. Mit dem gemischten Deutsch-Englisch. Das ist halt mal was Neues. Ja. Es hört sich gut an. Es ist ja so. Bisschen. 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 Erinnert es so an Nicki. So. Die Lines sind so ein bisschen gemacht wie Bad Baby. Nicki. Cardi B. Das ist so. Ja. Echt? Aber besonders Bad Baby würde ich sagen. Okay. Ja. Sie ist auch gleich ein sehr großer Fan. Aber Leute. Aber Leute. Was sagt ihr zu dem ganzen? Was sagt ihr zu dem Track? Was sagt ihr zu unserer Reaktion? Schreibt es in die Kommentare. Lasst auf jeden Fall ein Abo da. Wir freuen uns wirklich über jeden einzelnen Abonnenten. Liked das Video. Teilt es. Folgt uns auf Instagram und Twitter auf Instagram. Project.Zippling. Sonst. Project.Zippling. Und schaut euch an unsere anderen Videos. Richtig. Also. Ciao. Diese Verabschiedungen sind so kalt. Ciao.